Ich teile, wann es immer möglich ist, meine knappe Zeit gerne mit Menschen, um mit ihnen zu sprechen, um ihnen zu begegnen. Das stärkt mich selber auch, weil ich vielen Menschen begegne, die mir etwas erzählen, die sich mit mir freuen, an unserem Glauben, an unserer Kirche. Und das ist gut so und das stärkt mich auch. Und das ist gut so und das ist gut so und das ist gut.